Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft und da sind wir hier gleich mal wieder in einer neuen Session, wie ihr seht. Wir joinen ja auch schon auf den Server. Wunderbar, der Chris ist auch dabei. Hallo. Hallo. Oh, du hast einen neuen Umhang. Ja, habe ich geändert. Schön. Auch wenn du unten nicht grau nehmen solltest, sondern vielleicht weiß oder irgendwie sowas, aber das mit dem Grau hinten gefällt mir nicht so. Wie bereits gesagt, ich bin noch daran, zu optimieren, verbessern, alles mögliche. Ich habe mir so gedacht, beim Grau, ja, da hat schon Staub unten gefangen. Ein bisschen. Oh, recht schlecht. Ja, ich weiß jetzt beim Thema Verbesserungsvorschlägen sind. Ich habe mir die letzte Minecraft-Folge angeschaut. Da bist du hier gerade über die Körbe so gesprungen und da habe ich gesagt, oh ja, danke für den Applaus und du meintest so, ja, mach schon, ob ich den Applaus eingefügt habe und du hast ihn nicht eingefügt. Ja, ja, Chris, Chris, wir sind ganz ruhig jetzt. Es sollte ja so eine Überraschung werden, dass ich mal dabei bin in einer Folge, ne? Ja, das ist wirklich eine Überraschung. Chris ist auch mal dabei. Danke für den Applaus, ich habe ihn gehört. Ja, ich hatte nicht viel Zeit. Ich musste zugeben, ich hatte, ich war da. Ja, ja, natürlich. Ich habe extra noch geguckt, aber irgendwie. Ich war so müde beim Schneiden. Die Folge kam ja nur mit Verspätung. Ja, vor zwölf Stunden steht da. Oder stand da. Also die kam auf jeden Fall spät. Die kam sehr spät, ich weiß. Wieso habe ich gerade so mega hohe FPS? Also mein Rechner, muss man dazu sagen, der ist heute auf Hochtouren. Ja, genau, sehr angeschlagen. Ich weiß nicht, warum er hat seine Tage, was weiß ich. Ähm, und, äh, Hendrik, wegen Kirche, ich mach's kurz, oder du mach's kurz, sag einfach, was Sache ist. So, also wir haben jetzt mal in die Kommentare geschaut und da wurde gesagt, dass, also da wurde einmal vorgeschlagen von der Jolien, dass wir doch den, 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 die Wand an den Turm angleichen sollten. Das heißt, wir reißen jetzt diese Wand hier, wo ich gerade dagegen schlage, reißen wir sozusagen ab und gleichen die an den Turm an. Und ja, dann, da kann ich gerade mal den Punky erwähnen, der gesagt hat, dass er, dass er den Turm auch etwas wuchtig findet im Vergleich zum anderen, aber kein Bock hat, dass, also, kein Bock hätte, das selber nochmal einzureißen. Genau, und wir haben ja hier selber schon mal so angefangen, ähm, sozusagen den neuen Grundriss dann zu legen, weil ich würde schon den Turm noch so... Ja, du kannst schon mal anfangen mit reden, aber ich brauch dann den Koppelsturm, weil ich hab nicht viel. Ich würde eben nicht Klasse-Steine, sondern Bruchsteine, genau. Ähm, weil ich würde schon noch so ein bisschen vom Turm außenstehend lassen, sonst ist das alles so in einem Gebäude und ich weiß nicht, dass da... Und wenn es scheiße aussieht, dann müssen wir halt den Turm um einen kleiner machen. Um einen kleiner machen. So, was machen wir eigentlich mit dem... Ich sag mal was mit Brutsamkeit, sagst du. Ja, ich wollte gerade sagen, was machen wir eigentlich mit dem Glas, aber das ist... Das ist mein Abbau. Wir haben ja keine andere Wahl. Wir haben ja nicht Brutsamkeit-mäßiges. Ich brauch auch mal Erde hier irgendwie, so. Aber ich bin erstaunt, dass ich hier irgendwas machen kann heute. Ich baue jetzt hier einfach erstmal so den Grundriss, ohne jetzt hier irgendwie großartig auf Terraforming zu achten. Das können wir dann machen. Ich steuere mal den Kies ab, weil ich weiß ja, dass du dich so über Kies freust und dass der so selten ist bei dir. Was war das jetzt gerade? Ich war eine Aussage. Dass der so selten bei mir ist. Naja, du findest, dass der so selten ist. Ja, man findet ihn mal relativ schwer. Also selten ist er nicht, wenn man jetzt in Höhlen geht, findet man den zuhauf und der nervt einen auch. Oh, boah. So, komm mal, das mit... So, komm mal, das mit Doppel S, dass er uns sogar nervt. Oh Gott. So. Ähm, Sonne geht runter. Wundervoll. Ich hab ja gerade ausgesehen, dass ich das aufgebaut habe, dass ich gar nicht abbauen wollte. Ach, scheiße. Müssen wir auch das Dach nochmal abbauen. Ja. Und am besten alles bis auf den Mittelteil. Da würde ich sagen... Ich weiß schon mal, was auf dem Boden liegt. Jetzt schon ein bisschen was... Weißt du schon, ich muss... Das ist der Pot, der wird ewig lang. Ich würde... Äh, warum hast du hier eine Leiter abgebaut? Ja, hab ich aus dem falschen Block abgebaut. Achso. Ähm... Ich würde jetzt mal kurz aufs Dach schauen, dass ich das schon mal mit abbauen, weil dann... Ich glaube, das ist besser, wenn wir erst mit das Dach abbauen. Warum baue ich das ab, Alter? Ich frage mich ja... Das habe ich mich auch schon gefragt. Eine Kacke gerade. Ja, das ist ja das Übliche, ne? Ja, ich merke gerade. Womit baut man das ab hier mit sowas hier? Ah, ja, ich glaube schon. Na hier... Backsteine. Wie heißen die hier in Minecraft? Naja, Ziegelsteine. Naja, Ziegelsteine. Ich lasse die einfach erstmal runterfallen, die kann man dann auch sammeln. Ich habe doch eine krassere Idee, was wir machen könnten. Wo denn? Wenn du dann es wirklich einig hast, den Weg willst, dann baue ich einfach dann hier den Rest noch ab und... Nein, ich glaube... Nein, der eher... Ich weiß, dass wir es schaffen. Ah, wir schaffen das definitiv nicht. Weil, ey, eigentlich musst du schon längst hier fertig sein und auf dem Weg sein. Sonst mache ich dir das Angebot, dass ich das hier einfach selber abbau und... Nein, ich will mitmachen. Dann machen wir in der nächsten Folge, dass... Bauen wir jetzt schon... Leg ich schon Raffer drüber, dann. Raffer, raffer, raffer. Hä, nee, na gut. Aaaaaaah! Den Chris ist abgeholt. So, okay. Hey, ich sag mal, jetzt machen wir hier meinen Ziegelsteine auf, die ist schon abgeholt. Kommt noch was runtergeregnet? Nee, das liegt oben auf der Kante. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, wo denn jetzt? Wo regnet der jetzt denn runter? Hier. Ja, soweit war ich dann nicht. Ich wollte erstmal in die andere Richtung gehen, aber okay. Ich baue jetzt gerade erstmal nur die Treppen ab. Ach, nee. Tja, doch nicht. Scheiße. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Okay. Oh, scheiße. Ich weiß, war meine hoch. Das geht ja in Minecraft so toll. Das ist ja die Physik so... Mega geil so, da... Wir sind übrigens 26 Minuten. Da leuten die Registrat drüber sehr auf. Worüber? Wie unrealistisch Minecraft von Physix her ist. Ähm... Verstehe ich zwar nicht, weil... Wie zum Beispiel... Ich will jetzt keinen Namen nennen, ne? Nee, ich meine, das ist nicht schade, sondern wie zum Beispiel, was ist denn zum Beispiel jetzt so unrealistisch? Äh... Zum Beispiel... Zum Beispiel die Schnelligkeit, wie man Steine abbaut, oder was? Hat nichts mit dem Physik sich zu tun. Dass du einfach mit der Hand einen Baum zerschlagen kannst. Darüber regen es Leute auf. Hab ich, wie man sonst überhaupt was abbauen soll? Naja, du... Du müsstest eigentlich theoretisch erst Blätter von den Bäumen abernten, damit du Stock hast. Und mit dem Stock kannst du dann versuchen, gegen so einen Baum zu fällen. Dadurch würde dann maximal die Rinde abgehen. Könntest du dann aber weiter mit deinem Gebiss daran nacken. Ja, und so arbeitest du dich davor. Das dauert nur 10 Jahre länger, ist aber realistischer. Ist aber realistischer. So, und ich baue jetzt hier einfach mal den Grundriss weiter, weil... Fakt schon, Chris, es ist realistischer. Ja, es ist... Alles ist realistisch. Ich hab jetzt Stock zu viel genommen. Oh. So, baue ich mir mal drei Spitzhacken direkt. Ich baue ich übrigens schon mal unter dir dann schon mal so ein bisschen ab, ne? Ja, ich gehe jetzt hoch. Äh, so, Zombies, äh... Wenn ich angegriffen werde, bist du schuld, Hendrik. Was? Wenn ich sterbe, bist du auch dran schuld. Ich hab nicht genug Pfeile, um dich zu verteidigen. Ich hab nur acht Pfeile. Ich hab nicht genug FPS, um mich zu bewegen. Nein, okay. Naja, irgendwie schon. Ich muss sagen, umso näher an der Kirche unterlegt es nicht so... Also, hab ich mehr FPS teilweise als... Naja, ich bin ja auch gerade in der Kirche. Ich baue jetzt ja einfach, warum das da so rabattet ist. Ich bin ja gerade in der Kirche, hast du gerade gesagt. Deswegen liegt's... Hab ich bessere FPS dran, oder was? Weil du in der Kirche bist. Hä? Ach, vergiss es. Eigentlich ist das komplett dämlich, was ich hier mache. Eigentlich baut man das ja immer von unten. Also theoretisch weiß ich, ähm, logischer, wenn man es von oben nach unten baut. Aber so geht's, aber da dauert es wirklich länger, weil du kannst ja nicht von oben, du kannst maximal von oben, ähm, nach unten abbauen, bis unten durch. Und dann muss man aber irgendwie wieder hochkommen. Und das ist ja wesentlich aufwendiger, als wenn du jetzt einfach hier von unten... Dann... Feht das Kirchendach gleich. Ach, kacke. Ah, hier ist ein Zombie. Ja, hier ist er. Ja, du kleiner... Du kommst ja nicht in die Kirche. Hallo, ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, aber... Ich hör dir noch einen. Waaah! Ich will, dass du nicht mich gehört hast. Ja, dich hör ich die ganze Zeit auf meinem Ohr, aber das bin ich ja schon gewohnt. Gewohnt, wie auch immer. Ich glaube, es heißt gewohnt. Gewohnheit. Die Gewohnheit, dass der Server... Scheiße ist... Ja, das ist halt typisch, Hendrik, ne? Ich würde sagen... Ah, ich weiß es noch nicht genau, was ich sagen werde. Werde, wollte. Gesagt werden haben könnte. Wollte, haben, wollte. Oh, das ist scheiße, dass ich ausgerechnet heute weg muss. Also jetzt mal für zwei Stunden oder so. Das ist... Aha! Ich bin grad so im Bauland. Weißt du, immer wenn ich hier was... Ich bin manchmal so im Bauland, da muss ich mich so dazu zügeln, wie man das sagt, dass ich hier nicht weiterbaue, ja? Und jetzt... Und dann muss ich weg! So, wenn du willst, ich baue das einfach ab und dann können wir im nächsten Part weiterbauen. Naja, die Zuschauer werden davon eh nichts mitkriegen. Die Zuschauer würden ja davon eh nichts mitkriegen, dass ich, äh... Ja, allgemein, also... Egal. So, ähm... Ne, warte mal. Wir müssen dann sowieso... Ach, ne, der hier muss dann auch weg. Ne, doch. Okay. Oh, der hier kann doch auch... Muss doch auch weg, oder? Ja. Das muss weg. Was muss weg, Chris? Ne, ne, ich hab nur grad so geguckt hier so von... Dingen, sind Buben, sind so... Hey, Nick, was hast du schon wieder kaputt gemacht, hä? Ich baue hier grad diese Wand noch ab. Das, was du nicht geschafft hast, noch abzubauen. Naja, welche Wand? Auf der anderen Seite, oder was? Ne, hier drüben. Auf der anderen Seite? Ne, hier drüben. Okay, warte, ich schaue jetzt, ob es die andere Seite ist, die du meinst. Ach so, von... Ach so, ja, von da. So, ich überlege jetzt. Machen wir jetzt auch Zweierfenster, oder wollen wir Dreierfenster machen? Und dann Vierplatz lassen? Ja, ich würde mal gucken, wie lang es ist, und dann die Länge anpassen, und dann Dreierfenster machen. Da hast du... Oder wir machen ganz viel Zweierfenster, aber das wirkt wieder so... Ja, das haben wir ja gerade... Wir hatten ja erst Zweierfenster, wir haben ja schon gesehen, wie das eigentlich aussieht. Ja, aber wir sollten vielleicht Dreierfenster und Zweierplatz lassen dazwischen. Eins, zwei, drei, bam. Zwei. Eins, zwei, drei, bam. Dann haben wir nicht so viele Fenster und... Eins, da... Eins, zwei, drei, bam. Machen wir mal eins, zwei, drei. Okay, das hier ist schon mal abgebaut. Machen wir mal eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, bam. Und das passt direkt hier hinten an, aber ich weiß nicht, ob das so die perfekte Lösung ist. Ob wir das wirklich so machen, weil... Dann lasse ich lieber hinten noch einen weg. Hier noch einen dazu. Hier den hier weg. Hier noch... Waha, was? Was hast du gerade irgendwie den Block dahin gesetzt? Nee. Ich hab nur noch welche jetzt gerade geholt. Schön, schön. Die Treppe muss man dann auch mal abreißen, meine schöne Treppe. Ja. Leider. Hm. Wir müssen auch nochmal den... 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 den Boden... erweitern. Aber das ist, womit ich eigentlich noch nicht ganz so zufrieden bin, ist... Was? Also, der Boden, der... Ja, der hebt sich nicht von den Bänden ab, ja. Eins, zwei, drei, zwei, eins, zwei, drei, zwei, eins, zwei, drei. Meine Idee wäre jetzt gewesen, eventuell da... Ähm... Hä? Fichtenholztreppen hinzumachen. Oh, das hatten wir da auch schon mal, aber wir haben doch nirgendwo Fichten hier in der Nähe. Ich kann ja mal welche suchen, gerne. Ja, du kannst mir lieber den Fehler hier sagen. Eins, zwei, drei, zwei, eins, zwei, drei, zwei, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei... Hä? Aber so hatte ich es doch gerade. Theoretisch müsste doch da einer übrig bleiben. Schau mal. Bist du gerade in der Nähe? Kannst du dir mal kurz schauen? Ja, ich bin gerade von hier oben. Drei. So, nee, hör mal zu. Ja. Ähm... Ich hatte am Anfang auf der Seite hier hinten, hatte ich drei gehabt. Also drei bis hier, und dann habe ich immer drei, zwei, drei gemacht. Und so, ne? Weißt du ja, so wie wir es wollten machen. Und so habe ich den hier weggemacht, dann hier einen weggemacht, und hier mal einen auf der anderen Seite einen drangesetzt. Also hier den hier weg, und dann hier drangesetzt. So. Und jetzt sieht es aber immer noch so aus, aber ich wollte doch hier... Weil, theoretisch muss ja dein Sterbstein hier weg. Aber so sah es ja am Anfang aus. Obwohl ich das verschoben habe, sieht es immer noch so aus. Man muss ja, weil ich wollte hier nicht nur einen freilassen, das sieht dann doof aus. Ähm, der erweitert ist einfach um eins. Nach hinten? Ein Block, ja. Boah, du Cheater. Du Cheater-Wurst. Okay, nein. Ich weiß, der war nicht so der Bruder, aber... Ich mach grad wirklich... Eigentlich mach ich's gerade richtig dumm, das Abbauen unnötig in die Länge gezogen. Ja, du wirst ja nur Folgenlänge und so. Okay. Ich will hier ein bisschen die Folgenlänge pushen. Na, siehste? Du kennst mich doch. Leider. Nein, okay. Weil die Folge... Ich kann mal machen eine 1-Stunden-Folge draus. Yay. Yay, du bist ja einfach alleine mal. Ähm, wir haben schon bald 15 Minuten... Scheiße, ich muss eigentlich schon längst da sein. Na gut, dann geh jetzt einfach. Nee, wir machen jetzt die Folge zu Ende, dann kannst du ja... Na komm, ich mach einfach... Nee, sowas haben wir... Nee, sowas haben wir heute an. Nicht so wie bei Gasset, bei der letzten Gasset-Folge. Ja, kommt immer noch nicht, weil die Server immer noch nicht funktionieren. Genau, aber dazu wollte ich ja eigentlich fragen, wollen wir da eigentlich mal wieder ein Letztroch machen. Haben wir dazu eigentlich jemals was gesagt? Ja, haben es mehrmals... Bei Let's Survive auf jeden Fall habe ich es gesagt mehrmals. Okay. Wenn man das jetzt verfolgt, dann weiß man das auf jeden Fall. Also jetzt hier nochmal... Vielleicht machst du dazu nochmal ein extra Video. Also ihr wisst, wenn ich sage vielleicht, dann tendenziell er nicht, ne? Kennt mich ja. Leider. Naja, okay. Christi sei... Ja, Christi sei was? Ja, was? Naja. So, jetzt halt mal. Deswegen ist das Dach... Warum ist das noch nicht fertig? Hendrik, warum ist das Dach denn noch nicht fertig abgebaut? Nicht fertig abgebaut. Du hast ja gesagt, lass mal die Slaps da am besten halt dort. Weil das ist der Sinn, dass wenn ich die jetzt abbaue da oben... Ja, aber warum hast du die Wände hier nicht schlecht mit abgebaut, wenn du einmal oben warst? Oh meinst, Hendrik, das ist doch echt schlecht. Ich weiß gar nicht, was du jetzt für mich willst. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Ne, das war ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was du jetzt für mich willst. Hier, die Wände hier, da schweben. Ja, ich kann es ja auch selber abbauen. Die baue ich da noch ab. Das würde ich hoffen. Wir sind jetzt bei 16 Minuten, wir machen 17 Minuten und dann haue ich ab. Und dann baue ich den Rest noch ab, den ich geschafft habe. Ich wollte hier überall noch zweier Höhe, dass wir erst mal so wissen, wie es aussieht von Weitem. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Und ich bin schon zu spät. Aber ich muss mich ja noch ordentlich anziehen. Haha. Immer der Christ, der immer ganz ordentlich sein muss. Ich gehe ja nicht in Jogginghose durchs halbe Dorf. Eins, zwei, eins, zwei. So, und dann machen wir hier auch wieder eins. Und dann müssen wir noch gucken. Wir wissen jetzt nicht mehr, wo die Mitte war, ne? So, wirklich. Doch, die Mitte war genau hier. Was soll ich jetzt noch abbauen? Was hättest du gern noch abgebaut? Das, was da noch schwebt! Soll ich noch die Treppen noch abbauen? Das! Das! Das, die alte Wand! So soll die alte Wand noch? Was soll die Scheiße? Die und die hier noch schwebt! Ja, sonst nichts mehr oder was. Keine Wünsche. Nein! Okay. Mach doch, was du willst! Das fängt dann anzuregnen. Oh, Mann. Mach doch, was du willst! Das ist doch dein Sauber! Sauber mit, äh. Sauber! Sauber. So gut. Ich baue jetzt noch die Wand damit mal. Ungefähr. Du kannst aber hier auch schon mal mit Cobblestone, wenn du Cobblestone hast, ähm, ja. Du kannst aber auch schon mal, ähm... Die Wände hochziehen? Nee, hier auf der Seite, wo ich gerade nicht weitergebaut hab mehr. Ähm, hier. Schau. Hast du das zu kopieren? Nein, hier, wo die Erde ist. Hier unten kannst du mal noch Grundsteine legen. Also, Bruchsteine als Grundstein, so, weißt du? Ja, okay. Das kannst du noch mal machen. So, und ich mache mich jetzt los. Wir sind jetzt bei 18 Minuten, also... Ich wünsche, ich will jetzt die Folge weitermachen oder beenden. Aber... Gut, dann ziehst du halt den Grundriss hier lang. So, auf der Höhe und da, wo überall Stein ist, äh, Erde ist was halt Erde lang und da, wo überall Stein ist, äh... Das ist jetzt zwar nach drüben gebaut, ja, ne? So, ja, hab ich. So, bitteschön. Also, hier musst du dann so ein Grundstück, kannst du auch schon mit, äh, dem entsprechenden Holz aufarbeiten und so. Ist mir egal, also, ich würde auch mitmachen, also, ich lass mal die Steine hier so, falls du welche brauchst. Huch. Ich hab ganz viel. So, ich geh jetzt auch schon mal mit dem Server. Wirst du jetzt abmod machen oder nicht? Wir sind bei 19 Minuten. Ne, ne, ich baue das noch ab und ich mach das. Okay, dann verlasse ich euch jetzt. Also dann, Chris. Ja? Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt, wo auch immer du jetzt hingehst. Mhm, danke schön. Verraten wir jetzt mal nicht, ne? Mhm. Und, ja. Dann sieht er den Chris wahrscheinlich beim nächsten Mal schon mal, kann man ja schon mal sagen. Ja. Wie eigentlich immer beim Let's Play, ne? Sehr gerne beim nächsten Mal. Ich baue jetzt das hier noch ab. Wahrscheinlich schon mit Raffer und dann gibt's Abmod. Und ich verabschiede mich jetzt hier noch offiziell vom, von der Folge vom Let's Play und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Chris. So, hat man schon gehört, Chris ist aus dem Anruf gegangen. Ich baue jetzt mal hier noch den Grundriss weiter. Ich baue das jetzt mal nicht nach oben, das ist ja auch mal Chris als kreativen... Also, weiß ja, sozusagen, die Wand, das ist eindeutig seins. Das weiß man ja. Und dann... Oh, da müsste ich auch diese Wand hier abbauen. So, mal hier geht's rein. 2, 1, 2, 3. Okay. Dann bauen wir das hier auch noch ab, weil das ist ja dann eigentlich schon noch störende... Fängt sie an zu laggen. Ich sollte nicht sagen, dass wir's abbauen. So. Legen wir hier schon mal weiter Grundstein. Zur Orientierung. Bauen wir das hier auch schon mal ab. Ja, gut, nee. Ich hab mich gerade doch gegen den Raffer entschieden. Der wahrscheinlich jetzt nicht gekommen ist. Oder gekommen ist, ich weiß es nicht. Äh, ich hab mir gedacht... Ich rede nochmal zum Thema... Guess it. Warum's nicht kommt. Ja, so Guess it kommt jetzt in letzter Zeit ja halt nicht. Ist ja wahrscheinlich schon den Leuten aufgefallen, die das hier aktiv schön verfolgen. Und... Ja, der Grund ist halt, auf Funville, da wo wir's immer aufnehmen, da sind die... Server schon seit Ewigkeiten kannst du kein Guess It mehr spielen, irgendwie. Ist ganz komisch, dass sind die Server... down. Also, besser gesagt, man... Man könnte theoretisch joinen, aber es geht doch nicht. Ja, diese Logik ist wunderbar. Wunderbar. Also, die Lobbys werden angezeigt, aber die werden immer angezeigt als... voll, 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 voll. Was ja super toll ist, weil wenn sie... Also, das ist halt, wenn man joinen will... Warum baue ich das hier ab? Ich bin ein Idiot. Ähm, wenn man joinen will, fliegt man direkt vom Server runter. Das wollte ich jetzt damit mal sagen. Und das ist natürlich ganz blöd, wenn man dann vom Server runter fliegt, weil... Ja, wenn du nicht mal vom Server bist, kannst du ja schlicht aufnehmen. Und... Deswegen kam mit letzter Zeit eigentlich auch nur noch das Let's Survive... als... Ja, drittes Format, kann man sagen, neben... A Link to the Past und... Die Minecraft Let's Play, was wir hier gerade haben, ne? Und... Wir versuchen... Also, wir gucken natürlich jeden Tag... Eigentlich täglich, ob es wieder geht, dass wir ja auch mal Gesset bringen können, ne? Und... Wir hoffen, dass es auch bald wieder geht. Falls es dann wieder gehen sollte, werden wir natürlich... wieder... auf jeden Fall eine Aufnahme dazu machen... gemacht haben. Wie auch immer. Ich hol's noch. Schnell schwarzeichen Holz. Und dann. Ja. Hm. Das ist die Folge auch schon zu Ende. Uiuiui. Ähm. Laden mal die Erde hier ab. Den Stack. Holz holen wir uns mal hier was raus. Hm. Nee, halbes Stack reicht doch. Nee, mach ich das mal dazu. Könnte sogar so schon reichen. Ähm. Ja. Jetzt hab ich hier alles, was ich nicht brauche. Jetzt lade ich mal schnell das ab, was ich hier gerade nicht brauche. Ich will jetzt eigentlich nicht zwischen den Folgen machen oder Aufnahme passen oder sonst sowas. Hab ich jetzt wirklich sehr viel abgeladen. Man merkt's. Okay, da... Komm, jetzt nochmal Monster hier für die Nacht. Das... Das... Die Kirsche sieht jetzt ein bisschen entstellt aus auf jeden Fall. Und ich glaub, wir müssen noch wieder noch ein bisschen Sand farben. Aber... Wer hier nicht groß denkt, der kann ja nicht groß werden. Das ist doch eigentlich klar. Und deswegen denken wir ganz groß mit einer ganz großen Kirche, die auch ganz schön werden soll eigentlich. Ich erhoffe mir da schon sehr viel aus der Kirche. Ähm. Hm. Ja. Und ich hoffe, dass wir Fichtenholz finden. Demnächst, dass wir dann hier schön... Dass sich das farblich abhebt vom Rest. Komm, hau mir das Rest nicht auch noch durch. Weil diese... Ja, die Sitze, die wir sehen, komplett so aus wie der Boden. Das heißt, man... Man erkennt das gar nicht. Und... Ja. Haben wir den Boden auch fertig ausgelegt. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Gerne auch abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.